Wir haben drei Brote. Ich fange an mit Alma, dem großen Landmann. Unser würziges Brot mit einer schienreschen Kruste, wunderbar geeignet auch zum Handkiss. Die Inhaltsstoffe von dieser tollen Alma sind Reis, Mais, Hirse. Wir haben auch noch mal zusätzlich ganz viel Hirse reingetan. Dann haben wir als nächstes die Hilde, unseren saftigen Karottenliebhaber. Auch angereichert Reis, Mais, Hirse, ganz viele Sonnenblumenkerne, Knobiskerne. Und das Wichtigste, immer die frische Karotte, die wir jeden Tag dazu schreiben können. Und last but not least, dann haben wir unseren Mercedes, das ist die Waldraut. Das ist unser kerniger Kraftprotz, unser Energiebindung. Mit Chiasamen, Quinoa, Amaranth-Flocken, Hirseflocken, Mais, Kürbiskern, Sonnenblumenkern, Reis. Ganz reichhaltig, ganz lecker. Eigentlich, ja, ein richtig knackiges Brot mit viel Energie. Was unsere Brote nicht drin haben, ist einmal Vitropropilmethodose, keine Verstärkungsmittel, keine Säuren, keine Geschmacksaromen, keine Würzmittel. Wir nehmen auch keinen Kümmel rein und auch keine sonstigen Kräuter und Gewürze zusätzlich rein. Wir sind natürlich auch stolz, dass wir auch vor allen Dingen, was die Industrie gerne nimmt, nicht diese Berge von Klebeeweiß, diese schönen Bluten reinbringen, was natürlich jedes Brot dicker, fester, kräftiger macht. Unsere Brote sind alle 300 Gramm, kompakte Energie, kompakte Inhaltsstoffe, die richtig sättigen und lecker schmecken. Das ist das Wichtigste für uns, bei Matthias Brot, richtig lecker schmackert, wie normales Leckerbrot. Das ist unser toller Bio-Leinensack, den kann ich jedem empfehlen für unsere Brote. Das ist traditionell, wie das früher die Großmütter gemacht haben, der da sein Brot reintut. Nicht mal nur unser Brot, man kann eine Zwiebel, man kann eine Karotte reintun, der behält alles frisch und saftig, richtig lang. Also einfach das Brot reinkommen und Sie haben noch mehr Freude und länger Freude an unserem Saft, den ich nicht richtig frisch und verknüpfe. Wir haben zwei Süßwaren, wir haben einmal die süße Marzipanlust, wie der Name schon sagt, mit ganz vielen hochwertigen Marzipanen, aus Lübeck natürlich, wo das Marzipan auch herkommt. Dann angereichert mit wunderbaren gemahlenen Mandeln, dann zusätzlich nochmal ein ganz exklusives Mandelmehl, dann verarbeiten wir noch einen tollen, hellen Chiasamen. Und das Ganze gibt diese richtige Verführung, kann ich das sagen, mit Marzipan verlegen. Dann haben wir ebenso noch Heinrich, die zarte Borne-Versuchung. 100% Piro-Schokolade, richtig reichhaltig, wer da rein weiß, der es schmilzt einfach dahin. Wir verwenden hier in diesen Produkten natürlich keinen Weizen, keinen Protein, keine Lacknose, keine Sojasachen, keine Lupine und keine Eier. Also 100% vegan und das Ganze schmeckt noch und richtig gut.